Unser Team Digitale Medien entwickelt und betreut die digitalen Produkte des Verlags. Dies sind neben digitalen Büchern, Apps, Onlinekurse und weitere Medien in der Europathek, dem virtuellen Medienregal von Europa Lehrmittel. Das Team beschäftigt sich laufend mit der Optimierung der Produkte und der Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit, wobei aus dem Kundensupport viele Anregungen gewonnen werden können. Die Steuerung von Dienstleistern und das Projektmanagement erfordern Interesse und Verständnis für technische Prozesse. Nehmen Sie Ihre Zukunft in die Hand. Bewerben Sie sich jetzt bei Europa Lehrmittel.